Fluss Das ist Wagen Hast du voll Leben? Ja Kommst du? Und runter oder was? Wie weit runter bist du? Wie weit bist du? Ich bin schon unten am Fluss Ich muss nicht rein stoßen runter Ich werde mein Wasser voll runter Ja, da runter, den Fluss weiter Ich hab's auch gesehen Ich häng hier irgendwo Ich spring mal den Wasser runter Ja, das hab ich auch gemacht Bei dem Fluss Irgendwo da unten ist ein Dann wärs ziemlich langsam irgendwie hier im Wasser Ja, siehst du, das Wasser wird auch anders angezeigt irgendwie Ja Komischerweise, irgendwie drüber Ist das mal? Wollt ihr davon sein? Weiß ich nicht, ich hab's gesehen von oben Es war noch ziemlich unten gewesen, am Strand fast Ich hab mir mal hier eine Aussicht gefasst Ich glaub wir haben die andere hinter gesehen Die Hände, die hab ich auch gesehen Da war aber noch eine Kugel Ich bin hier, also ich hab's Wollt ihr schon weiter? Wir sind auf diesem Feldzone Ich hab's hier am Wasserfall gekriegt Ich bin noch hier oben eigentlich, bin ich runter Absteigen 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 Vorher Absteigen Sind wir Wir sind in der Westen. In der KM-Sicht ist die Kanone, die sind Schrotteil, wie in so einem Leiter Scheinwässer. Ist das schon los? Ja, ich bin überladen, weil irgendwas geklaut wurde. Achso, ich steck mal ab, vielleicht liegt es daran. Oh ja. Scheiße, KM, ich muss bei dir ruf. Ja, ich bin hier rüber, ich kann hier. Und da bist du. Ich hab noch so viel Testsch dabei. Ey, das Wasser wird komisch. Ich hab jetzt noch ein bisschen Berries weggebracht, weil da hab ich ja auch Tausende dabei. Wenn da drin hängt, dann warten wir nicht mehr. Dann darf man da nicht noch nicht mehr. Das ist ja... In dem Wasser irgendwie extrem langsam ist. Hä, und da muss man unter Wasser gucken, jetzt sieht doch so voll trüb aus. Das da hier ist übrigens alles gut hier, dieser Zeug hier. Warte mal, K3D, ich schwimme hier auch irgendwie langsamer im Wasser. So, weiter. Ja. Das haben wir doch aber gar nicht. Da ist es auf jeden Fall raus. Ja, wir kamen halt mit dem Wasserfall oben her. Da ist doch das Ding oben. Diese große Struktur. Da ist ja auch drin. Ja, wir sind doch drin. Da ist auch schon wieder Wasser. Wie das Meer? Da... Wir nehmen das halt ost, ne? Ja. Ja, jetzt ist noch ein Strukturf... Dings unten. Da fahrt man ja nen Fluss oder so. Ich seh da, ich könnte schrönen, wenn ich seh da was. Oh, hier. Uuuh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. An der anderen Seite? Ja, hier die, äh, absteigen. Okay. Das war ein relativ großes Feld, jetzt war nicht so klein wie die anderen. Ist das nur die Struktur dafür? Wenn ich rein kann, siehst du das. Ach so. Ach diese Kuppel wieder. Ich bin erstaunt, dass wir jetzt hier gleich so viele finden. Es gibt neun Stück und das eine Vorsensor, da sind wir an zwei Windrägen. Also wenn es hier fünf gibt dann auf den anderen. Zusammengerechnet hier wird das nicht. Wie viele haben wir denn hier? Äh, drei Klicke. Wir haben fünf. Vier fehlen noch. Hm, hier ist vorhin schon ein Berg. Ja manchmal kommt man rotzend irgendwo drüber und die Fallschaden kriegen die Viecher nicht. Könnte man sogar bauen, oder? Also einfach einen Mantel färben. Aber was hätte sie? Wasser. Weißt du das, dass wir uns immer gedacht haben, es gibt kein Wasser und dann findest du so ne Insel, die gefühlt nur aus Wasser besteht? Warte mal, was waren die für Fische da eben? Porgodil und... Jene Kleene. Wir haben Porgodil dran. Umgekommen jetzt. Porgodil. 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 Der Insel besteht da draus Das unhebende Gelände Hier ist eine Story Wir waren hier glaub ich auch schon, weil da oben ist der große Tempel Ja, was ist denn? Und? Das ist doch die Insel schon gewesen jetzt, ey Ich bin komplett falsch Mein Kompass Ich glaube, wo sind wir denn? Was denn das ist in Nier, ich denke Hast du mir der Westen angeguckt? Wir sind genau in dir entgegengesetzt Naja, nicht unbedingt, wir sind ja zwischen euch mal gedeiht Ey, was macht Nina da? Wenn man hier auch so kommt Wir sind dann geschützt bei dir Ja 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 Ja